hallo und willkommen wieder zu pokémon das sammelkarten spielt online und wir spielen hier damit ein rechts ausgeflippten deck sag ich mal mit einem viktini hauptsächlich wegen der fähigkeit triumphstern dann vibrak und adriados zu mantidea gewaltrot der ist dann die hauptding hauptfigur sitzt am deck dann geht es weiter mit ein paar sucherkarten und unterstützungskarten dann trägt man sie ist natürlich auch gut dafür und energie noch das spielen wir und schauen ob wir mal einen gegner hinten hier alles die super fruit nur mit farblos und zahl gewonnen ich beginne gleich energie ja okay nicht so schlecht ich habe wenigstens ein basis pokémon ja er hat anscheinend noch mehr fertig und er hat damit uhr durch x okay dann und holen wir mal das weg rock so ich kann 30 schaden holen legen wir da mal energie an legen da das runter machen sauna ziehen dann neue karten ok das ist ja gut legen das einfach runter und fertig ok mit feuer hat keine fähigkeit ok das ist mir eigentlich egal weil es nur das basis pokémon da hier zugriff und ein webrack mit adriados hier gleich freundlichen schaden austellen kann 180 das geht schnell weg so gut da entwickeln wir mal da heilen wir mal machen hier die fähigkeit und jetzt klammheimliche klaue 35 schaden dann noch 10 durch vergiftung dann ist 50 nächster und noch 30 und es ist weg ach ok bringt nicht viel aber weil nächste runde mache ich es wieder ok eine energie könnte weglegen aber sonst nichts was macht das tja es hört sich selber ok warum wohl evo pause entwickelt das dann auch ok das ist nicht so schlecht aber wir machen hier trotzdem noch nur das legen da auch noch einen energie an und er hat aufgegeben ok gern trauenbelohnung 25 und zack hier nochmal ein bisschen minzen noch mal 25 bald bin ich auf 500 und kann mir wieder was kaufen ok so machen wir noch mit feuer wasser wasser ist gut feuer ich weiß schon was da kommt profizient gut muss liegen ja so er hat keine klingel video auch das fertig fertig viel feuer ist schlecht sehr schlecht sehr schlecht ok ok und natürlich fertig coreogel das ist nicht so gut machen wir jetzt erstmal das und holen uns da ein paar genau den holen wir uns da nochmal und das da so legen wir das runter das legen wir runter das legen wir runter dann das dann dann das dann dann das daneben gut er macht die nächste Runde vielleicht kaputt also ich habe Tauschbrauch noch und Agilität das passt schon so was ich habe nein was ach nee okay jetzt muss ich ja drücken aber ich habe Glück dreimal freie Regel okay dann legen wir das noch mal da runter und fahren das da drauf das da drauf greift man mit Agilität ach so da war ja und da war nein okay jetzt habe ich verstanden wie viele Vorrägen hat er da unten machen wir noch eine Agilität was will okay zwei Angriffe noch dann ist es weg versteckt hier dort ist eine Vorräge mit einer Energie aber jetzt sieht er nichts gutes oder man weiß es einfach nicht wir haben jetzt haben wir uns da jetzt noch so da geben wir ihn jetzt das da drauf ich habe noch mit Agilität am hängen fast ähm nein natürlich nicht kann ich das jetzt auch machen natürlich kann ich das jetzt auch machen ich glaube ich mache das sogar so holen wir das her greifen mit ihm starker Schlitzer an und holen uns seine Karte ja die ist gut wahrscheinlich hat Schmied oder ihn zur großen Hand und obwohl er muss zweimal okay er hat aufgekommen warum geben die alle ihm auf ja Gentrum Belohnung oh ein Booster Pack und wir haben eins kampfauffähig gemacht tadaa und dann das auch noch so dass ich sie es nicht oh eine Truhe sehr schön so ich würde sagen das war's das erste ist recht gut gelaufen beide haben aufgegeben ja ja bis zum nächsten mal doch dass w w w w w